Hi Leute schön dass ihr wieder dabei seid die neue Rocket League Season hat heute angefangen es ist komplett neu es soll eine Hacker Glitch Season sein und wir fangen dann auch direkt mit der ersten Runde an er muss es ehrlich was auch schon ich habe auch vom Fußgarten alles gut ich fliege die die Verkauf wenn er auf die Hüse geschätzt ich habe und ich gehe ohne Engelbrechen und und Ruppen Bar das Tor der neuen Season mach ich natürlich ja aber ich gönn die Dorf die geile Fahrt von bei dem bei der Tor Explosion das nicht genug du wo geht er da auch hier war sollten wir jetzt hier so von dem winter so mehr als 50 prozent gewinnen sollten wir vielleicht sogar hoch da im 2 sein wir haben low und zwei jaja wir haben low diamond 2 letztes ihn aufgehört beide ich habe schön was für gut zeit gelassen oh mein gott wenn weg gewumms tut mir leid falls ihr nicht verpassen wollt wie wir unseren rang bekommen lasst ein abo darum bewertet bitte das video das würde mich sehr freuen habt ihr gemacht ja danke geht nicht ja ich hab ihn ausgefegt rotier 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 ich hab ihn ganz komisch gemacht ich hab gerade mini ruckler und so richtig ich war zu nah dran vor Ort er ist er hat er bekommt er hat um sie die tode der eine ach es ja er hat sein sprung gelesen Ja, nice Guck, ich hab... oh nein Ich hab wenig Fuß Ja, das ist ja eigentlich nicht Die blockieren sich die ganze Zeit auch schön nach vorne gemacht Nice Irgendwann... Ah, anscheinend haben die doch aufgegeben Ja, durch Aufgabe Also 10 Punkte nicht Nein Ja, also nicht... ja, nee Blick, 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 Blick Schade Was? Ich mach ihn Geil Nice Immer doch gern Oh, so gute Bounces Schade, ich hab den dann geboren Ich hab bisschen zu sehr auf die Gegner geschaut, was die machen Nice Und dann hol ich diesen Fifty raus, Butter Hui Alles Gute, alles Gute bei dir Er hat gestört Schön Schön Der kommt Mitte Meileid, ich wurde gebummt und hatte keinen Boost mehr Ich hab grad noch versucht Alles Gute Oh nein Schön Nein Wie kacke bin ich gelandet, sorry Stark Keine... keine Sorge I can do this all day, my brother Wenn du das TikToker guckst, was ich dir geschickt hab, wirst du es verstehen Oh nein Okay Hast du Hast du? Yo Hast du gut geklärt wieder? Na schön Yeah Zu dir Ich hab mein meine Bitte Du, ich hab mal Du, ich hab welche Wege Oha Du, ich hab' mit ihm Oh, das war okay, aber sehr unerwartet Wir haben wir gleich Und für die Das ist Das Thema Klischees und halt sowas wie Klischee von Mann und Frau und so mach es. Als Thema, oder? Ja, irgendwie. Safe! Bitte rede nicht über Deutsch, wir müssen das gewählt. Er kommt. Ah, safe. Seine Enkel sind nach, du hast schlafen gelegt. Oh, 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 komm, komm. Nein, ich habe ihn nicht geworben. Ich bin hier back, geh drüber. Ja, mach ich. Ge drüber. Ich hab. Wow, ich habe ihn so gesehen. Heim zu, ja! Energy passing play, das wurde. Soll ich guter Schluss schreiben, oder was? Nein. Guck, die, guck die, guck die Kuh von mir. alles ja egal was man hier schreibt es ist toxisch die letzten neun Sekunden mach ich jetzt immer noch kacke ich auch nein die könnt's auch schaffen die könnt's auch schaffen ist mir so geil ich möchte die drauf wünschen das ist nicht witzig Backflip Backflip ich hätte jetzt so einen Hookschotter auf mein Torger Videos machen naja mach ich ja aber jetzt äh für dieses Video meine ich Dave hast du vielleicht bitte ja hatte ich ihn hatte ich tatsächlich aufgemacht war vor mir ah nein bitte beautiful leider ich bin nach Forsten komplett ausgerutscht pinchst du die nachdem ok ich hab wow beautiful wow schön gelesen darüber reden wir nicht nein darüber reden wir nicht hier mit in t 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 das ist das was der wittschutz er dachte ich auch weiß was du ich habe perfekte weiterleitung erwartet ich habe so einen sanften Touch gemacht keiner hat ein Mikelischen gedrückt ganz ruhig das Platz oh zum Glück hat er gejoggt hätte er nicht gejoggt hätte guten Schluss auf unser Tor gemacht das war das war ein guter Hardware du hast gut du hast perfekt gestanden hinterer Pfosten tut mir leid ich hab den gejoggt oh schön einer ich hab ja er hat einen perfekten Pass gemacht ich muss direkt oh ne ich hab noch mal hat er nein schade der geht sorry ich verstehe dich du hast ihn nicht gedobbelt doch doch ja save wo hast du italien gedacht ja aber ehrlich so close wie der Ball war da hätte man hätte es selbst Zen nicht erfreulich da wäre nicht reingegangen Bro selbst Zen hätte das nicht er dir so schnell sagen können ob der geht oder nicht ich weiß aber trotzdem egal dann habe ich halt aus sicherheit gesagt er geht alles gut bin sehr schlecht rotiert bitte das ist die 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 ich hab ich hab ich hab und ja hast du mit power opennet ich brauche sie ja bitte mach das ich liebe dich ich liebe dich das war so Ikumo von dir weil ich gechokt habe ich brauche es er konnte dank dir nicht stehenbleiben danke ich brauche es machen alles mach weiter ich hab ich hab sehr viel krampf hast du geht nicht hab ich komm nice ich geh geht nicht geht ja hast du ja ich hab ich hab ja gott du tatschst ihn perfekt zu mir oh self ich geh ja nice ich geh oh ne ich geh nicht zum glück ich hab ja ja schön mit power ja ja butter nice das ding ist die waren eigentlich viel besser als wir nein 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 also komm mal komm mal komm mal unsere rote also wir haben am anfang gechokt die zwei tore die am anfang gemacht haben war einmal der pin einmal das halt so er drüber gemacht hat und die nicht halten konnte es ist ja nicht schlimm und das so halt pinch gemacht hast und nicht dann halt ein tor das war halt ja ich bin aber schon die waren wirklich besser ja leute das war es wieder mit dem video lasst auf jeden fall ein abo da um nicht zu verpassen was für einen rank wir bekommen einen bewertet auch gerne das video lasst einen kommentar da ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal tschau